Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 565. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gude, hallo und Grüße. Und die Frau Patricia. Hallo. Und wir haben nachher noch so Runde 80 Sekunden Basti mit an Bord. In welcher Situation und was er sozusagen hat, erfahrt ihr später. Von daher dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen heute nach einer kleinen Pause, die wir hatten, weil wegen Länderspielpause und Terminen und dies und das und andernas, mal wieder ein bisschen über die Eintracht reden. Bevor wir das aber dann jetzt gleich tun, wollen wir euch natürlich darauf hinweisen, dass diese wunderbare Sendung, die wir hier doch regelmäßig produzieren, nur dadurch zustande kommt, weil ihr liebe Hörerinnen und Hörer uns hier so fleißig unterstützt. Und das könnt ihr tun, indem ihr auf eintracht-podcast.de geht. Da gibt es eine Support-Seite und da könnt ihr uns finanziell unterstützen und da freuen wir uns sehr drüber. Aber ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder uns bewertet, damit wir auf den gängigen Podcast-Plattformen slash Video-Plattformen whatever gefunden werden. Von daher, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt jetzt in der Vorweihnachtszeit, dann schaut mal auf eintracht-podcast.de vorbei. So, und jetzt reden wir über die Eintracht, die am Wochenende gestartet ist in diesen letzten Block der Hinrunde, der auch durchaus knackig ist. Acht Spiele in knapp drei Wochen, bevor es dann in eine doch auch relativ kurze Winterpause geht. Und die Eintracht ist gestartet am vergangenen Samstag zu Hause gegen Bremen, hat am Ende das Spiel für sich siegreich entscheiden können durch ein Tor von Mario Götze, über das wir gleich noch sprechen können und ist damit jetzt Bayern-Verfolger Nummer eins. Aber die viel wichtigere Frage, Marvin, ist, wie viele Punkte fehlen uns denn noch zum Klassenerhalt? 17. 17 Punkte noch zum Klassenerhalt und das ist doch ein lohnenswertes Ziel. Wir sind mit 23 Punkten jetzt schon unterwegs und es läuft doch echt herausragend. Toller Schnitt bislang, aber genau, 17 Punkte sind es noch und ich glaube, die werden wir auf alle Fälle noch holen. Und was dann noch darüber hinaus passiert, naja, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, was eure Einschätzung ist. Denn natürlich schiele ich immer auf die 40, aber wenn die so früh erreicht werden, wie der aktuelle Schnitt es irgendwie vermuten lässt, dann schlacke ich aber ganz schön mit den Ohren. Ich sehe die Schlagzeilen morgen früh schon. Marvin Mendel ruft Klassenerhalt aus. Großartig. Noch nicht, aber Zielklassenerhalt auf jeden Fall. Aber du hast gesagt, die 40 Punkte erreichen wir sicher. Also das Thema hätten wir dann schon mal geklärt. Also mit dem Abstieg haben wir diese Saison nichts zu tun. Patricia, was ist denn so deine Meinung? Klassenerhalt, ja oder nein? Puh, das ist natürlich, da muss man jetzt natürlich, na nee, also ich will mich jetzt natürlich nicht, ich will nicht jinxen und ich will mich nicht so weit aus dem Fenster legen, aber es sieht ja doch ganz komfortabel aus soweit und ich glaube, da müssen sich ganz andere Gedanken drum machen. Von daher ist das ja schon mal gut, dass wir diese Diskussion allen Anschein nach hoffentlich nicht in der nächsten Zeit führen müssen. Allen Anschein nach hoffentlich nicht hervorragend. Das ist genau die Formulierung, die ich erwartet habe. Nee, jetzt nochmal Spaß beiseite. Es läuft gerade weiterhin erstaunlich gut. War ja so ein bisschen die Frage, bevor diese Länderspielpause anfing, ob das jetzt zu einem guten Zeitpunkt oder zu Unzeit der Eintracht kommt, weil man ja auch gerade so ein bisschen im Flow war und ja auch immer nicht weiß, wenn sich dann die Automatismen so mit Länderspielreisen und andere Mannschaft und vielleicht auch andere Taktik, anderes Setting. Deswegen, wenn man da so unterwegs ist und dann wieder zurückkommt, ob das dann so einwandfrei funktioniert. Und mit Bremen hatte man ja jetzt auch keinen, ja keinen übermäßigen Gegner, aber schon eine Mannschaft, die man ernst nehmen musste, die auch einen Großteil ihrer Punkte bislang auswärts geholt hatte und man sich da ja auch so ein bisschen drauf fokussiert hat, auch einfach stabil in der Defensive zu stehen. Aber die Eintracht hat ihren Flow rüber gerettet, hat ein Tor gemacht durch den Jubiläar Mario Götze, der mal wieder ein Jubiläum hatte. Nach 300 Bundesligaspielen war es jetzt das hundertste Spiel für die Eintracht. Der Trainer hatte im Vorfeld ausgerufen, dass er doch sich gerne ein Tor wünscht, der an diesem Tag auch gleichzeitig noch Geburtstag hatte. Also eine bessere Szenerie gab es eigentlich nicht und dann macht natürlich auch jener Mario Götze dieses einzige Tor in diesem Spiel. Und ich glaube auch, wenn es jetzt nicht so viele Offensivaktionen hatte, war es aber schon ein Spiel, was auch so diesen Charakter eines Topspiels, was es ja an diesem Spieltag war, durchaus verdient hatte. Weil es zumindestens, fand ich, taktisch auf einem sehr hohen Niveau ist und auch erneut gezeigt hat, welchen Entwicklungsschritt die Eintracht-Mannschaft gemacht hat. Dass man so ein Spiel, was man im letzten Jahr nicht mit so großer Sicherheit für sich entscheiden konnte, am Ende des Tages, ich würde sagen, relativ ungefährdet, aber halt trotzdem dann auch über die Linie gebracht hat. Oder Marvin, wie ist so deine Einschätzung ansonsten zu dem Spiel? Nee, es war eine sehr erwachsene Leistung, der Funkvater natürlich mit ein bisschen Glück an den einen oder anderen Stellen. Wir haben einen Pfostenschuss gesehen, auch Kevin Trapp war an diesem Tag, an dem Samstag wieder sehr, sehr stark. Aber natürlich die gesamte Defensivarbeit war herausragend. Das war eine super tolle Defensivleistung, angefangen von Theat, der als einer derjenigen gelten kann, die sowohl in der Defensiv- als auch in der Vorwärtsbewegung mit einem einleitenden Pass wirklich für große Augensorgen. Und da muss ich auch sagen, dass auch ein, ja natürlich ein Nathaniel Brown gehört dazu. Ich kann eigentlich die gesamte Abwehr auch, ja ein Koch, der mit seiner Bissigkeit, mit seiner Schlitzaurigkeit auf jeden Fall wirklich der Eintracht da wirklich gut tut. Und dazu kommt natürlich auch, dann kassierst du auch mal kein Tor, was ich auch toll finde. Ich glaube, es wird Kevin Trapp auch freuen, dass du mal kein Gegentor kassierst, da reicht dir das eine Tor. Du hast es natürlich auf der anderen Seite auch verpasst, den Deckel so richtig drauf zu machen. Es gab nicht unfassbar viele zwingende Chancen, du hast es eben schon angesprochen. Auch die Bremer hatten 1-2. Die Bremer haben übrigens kein schlechtes Spiel gemacht, also muss ich sagen, wirklich Respekt, Respekt. Starke Bremer, aber stärkere Eintracht, denn sie haben den Killer-Instinkt wirklich bewiesen mit dem tollen Schuss von Mario Götze. Zuvor gab es ja auch schon von Mamouche tolle Chancen, also da war ein bisschen was wirklich drin. Und dass die Eintracht das mit dieser knappen Führung über die Zeit bringt und dann auch wirklich nach Hause geht und sagt, okay, guck mal, drei Punkte wieder auch gegen Bremen, da ziehe ich schon meinen Hut und das ist ganz klasse. Und das zeigt, dass die Eintracht wirklich gerade den nächsten Schritt gegangen ist. Aber natürlich auch die Momente auf ihrer Seite hat, dass halt so ein Spieler nicht 1-1 ausgeht. Ich glaube, das ist auch einfach ganz wichtig, dass du, das hatten wir ja letzte, nee, vorletzte Woche, als wir aufgenommen haben, schon drüber gesprochen, dass du da einfach dann auch nicht zu sehr ins Nachdenken kommst, sondern dass halt einfach dann auch dran glaubst, dass du auch solche Spiele für dich entscheiden kannst. Und ich glaube, Defensive, was du gerade angesprochen hast, ist so der wichtige Punkt. Auf der einen Seite hat man es geschafft, Bremen zu sehr, sehr wenigen Abschlüssen zu kommen und die, die da waren, waren auch in der Mehrheit nicht gefährlich. Klar, wenn man jetzt den Pfostenschutz, den du angesprochen hast, berücksichtigt. Und dann gab es ja noch den von dir auch angesprochenen Kopfball von Weiser, den Trapp da pariert. Aber so wirklich viele große, hochkarätische Chancen hatten sie nicht. Und man hat eben auch, wie du es gerade eben auch richtig angesprochen hast, bei dem 1 zu 0 aus der Abwehr heraus, trotz des Druckes, den Bremen da auch immer wieder versucht hat und dessen, dass sie da zum Großteil die Stürmer auch sehr, also unsere Stürmer sehr konsequent aus dem Spiel genommen haben, aber das Ding hinten clever rausgespielt. Und so wie dieser Spielzug abgelaufen ist, würde ich fast behaupten, der war einstudiert. Oder Patricia, wie siehst du das? Das war schon sehr, sehr perfekt, ja. Also man hat das sicherlich das ein oder andere Mal im Training geübt. Ich finde, ihr habt schon alles Wichtige gesagt, was man zu dem Spiel sagen kann. Das war jetzt sicherlich nicht das spektakulärste Spiel von Eintracht Frankfurt, was wir jemals gesehen haben. Aber es war so eine Art Arbeitssieg und das ist doch auch mal gut zu sehen, dass das geht. Zu sehen, dass das auch gegen einen Gegner geht, der sich da was überlegt hat und dessen Plan auch über weite Strecken aufgegangen ist. Also wenn man bedenkt, wie offensiv ungefährlich in Anführungszeichen die Eintracht in dem Spiel war, hat das Bremen schon ganz gut hinbekommen. Aber dann auch da Lösungen zu finden, ist glaube ich die Kunst. Und die Lösung kann natürlich einerseits eine Standardsituation sein, die haben wir aber nicht gebraucht, sondern man konnte es eben trotzdem spielerisch lösen. Einfach mit einem sehr, sehr einfachen Spielzug im Endeffekt. Aber sehr effektiv, muss man sagen. Oder auch effizient, wo man da gerne mal durcheinander kommt. Aber nee, ich fand alles in allem auch eine reife Leistung. Und ich finde, es sagt dann auch immer schon viel, wenn man anfängt, die Abwehrspieler hervorzuheben. Weil klar ist es einfach, wenn ein Spieler ein Freistoßtor schießt oder irgendwie fünf Tore in einem Spiel fallen, dann die Offensive zu loben. Das machen wir auch häufig genug. Aber ich finde, in dem Spiel hat man noch mal gesehen, was so eine stabile Abwehr auch ausmachen kann. Also, dass du eben einen 1-0-Sieg über die Zeit bringst und es nicht noch ein 1-1 wird oder ein 1-2 und du dich irgendwie wieder zurückkämpfen musst. Sondern, dass es auch einfach mal ein souveränes 1-0 sein kann. Und mir haben da auch Tert richtig gut gefallen, der auch sehr viel nach vorne gemacht hat. Also ganz viel initiiert von den Angriffen. Oder auch Collins. Collins hat mir richtig, richtig gut gefallen. Der war auch gefühlt überall und in allen zwei Kämpfen drin. Von daher, das war schon stark und vor allem defensiv auch stark gespielt. Ja, Collins muss man glaube ich sowieso sagen, den man glaube ich noch nicht so sehr auf dem Zettel hatte, was zumindest die Nähe an der ersten Mannschaft angeht. Der aber ja jetzt auch nicht nur in dem Spiel, sondern auch in den vorherigen, wo wir ihn glaube ich gar nicht so deutlich gewürdigt haben in den Sendungen dazwischen. der einfach aus dieser Situation heraus, wo er dann in dem einen Spiel eingewechselt werden musste, von Anfang an einen Top-Job gemacht hat. Klar hat er halt auch immer noch so ein bisschen seine Wackler drin, aber das haben andere auch, weil wir einfach ja diesen unwahrscheinlich jungen Kader haben, der aber auch solche Situationen auch super abschüttelt und dann einfach weiter macht, der sowohl defensiv als auch in der Vorwärtsbewegung da unterwegs ist und der, und das war mir auch gar nicht bewusst, wahnsinnig schnell auch ist. Also mit dem haben wir einen, wie ich finde, richtigen Glücksgriff gemacht und anstelle des BVB würde ich mich jetzt hier dumm und dusselig ärgern, so einen Spieler für einen Minimalbetrag abgegeben zu haben. Ja, weißt du halt auch manchmal nicht, das muss man auch sagen. Natürlich, ich würde mich auch ärgern, aber wir haben es ja schon öfter mal gesehen, dass halt Spiele keinen Platz mehr hatten bei dem einen Verein und sind dann beim anderen Verein durchgestartet. Gab es auch manchmal, auch wenn ein bisschen seltener, dann irgendwie auch bei der Eintracht, aber mit Collins haben wir auf jeden Fall eine krasse Verstärkung. Bulliger Typ, schneller Typ für das Alter. Auch jemand, der sich im Kreise der Juniorn-Nationalschaft jetzt auch einfach wohlfühlt und das ist echt was, wo ich sage, wie geil ist das denn? Wir haben echt ein paar geile Juniorn-Nationalspieler. Nene Brown ist der nächste, Collins, dann ist auch an Ansgar Knauf immer noch Juniorn-Nationalspieler. Wie cool ist das denn, dass wir wirklich ein paar Jungs haben, die für mehr Identität auch bei der Eintracht im Endeffekt schon fast verantwortlich sind. Gerade Knauf ist ja schon fast Eintracht-Urgestein. Also da passt gerade vieles zusammen. Und dann ist es aber auch so, dass die dann auch die Bausteine sind, dass so ein Spiel gegen Werder Bremen halt nicht irgendwie unschieden ausgeht, sondern gewonnen wird. Und das muss man schon sagen, die letzten Wochen der Eintracht sind schon beeindruckend. Denn es ist ja durchaus nicht zu vernachlässigen, dass es immer wieder diese Pausen gab, diese nationalmannschaftsbedingten Pausen. Und du kommst da wieder zurück und holst dann wieder den nächsten Dreier. Und jetzt warten auch andere Ergebnisse bzw. wichtige Partien auf dich. Wir werden gleich noch über den Europacup sprechen. Dann ist dann nächste Woche auch schon wieder DFB-Pokal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, es geht immer, immer rund. Bam, bam, bam. Es bleibt nicht ruhig. Und dass die Eintracht auch mit einer unterschiedlichen Rotation von Spielern, auch mit einer unterschiedlichen Aufstellung von Spielern, da trotzdem immer wieder zum Erfolg gelangt. Das zeigt natürlich die Qualität des Kaders, aber auch die Weiterentwicklung. Denn viele von den Spielern standen in der vergangenen Saison ja schon auf dem Platz. Ja doch. Und dann ist es aber schon so gewesen, haben wir gedacht, okay, da muss noch was reifen. Und vieles davon ist halt gerade gereift, hängt aber, darf man auch nicht vernachlässigen, ein bisschen mit dem Flow zusammen. Aber trotzdem, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus, die einzelnen Spieler sind gereift. Es gab gute Neuerwerbungen, die den Kader qualitativ besser machen. Und wenn du es ein bisschen brutalisierst, dann kommst du langsam auch wieder in den Flow. Und genau da sind wir jetzt gerade. Ja, vollkommen richtig. Und wenn wir die Abwehr loben, dann müssen wir auch das Mittelfeld, gerade auch in dem Spiel, loben. Die Doppel-Sechs bestehen aus Tuta und Skiri. Tuta war so ein bisschen der defensivere Part. Und Skiri war offensiver ein bisschen unterwegs. Und ich meine da auch so ein bisschen Anflug von dem ehemaligen Köln-Skiri gesehen zu haben. Also auch der erscheint jetzt gerade vielleicht so ein bisschen, so wollen wir es doch mal hoffen, wieder in diesen Weg zu gehen und da rein zu starten. Alles in allem kann man, glaube ich, sagen, war das ein guter Start in diesen doch auch aufwendigen letzten Part der Hinrunde. Du hast es gerade eben angesprochen. Es war eine Mischung aus internationalen Pokalspielen, nationalen Pokalspielen und Ligaspielen auf uns. Also wir haben das Spiel gegen Michi dann, über das wir gleich sprechen werden. Wir haben nächste Woche DFB-Pokal in Leipzig, was keiner eigentlich haben will, aber was trotzdem da irgendwie auf dem Zettel steht. Wir haben, was habe ich in meinem Kalender gerade eben zugemacht? Augsburg haben wir, erst Heidenheim haben wir noch, genau, Augsburg haben wir dann auch noch. Wir haben auch noch ein Euroleague-Spiel, das ist dann auch wieder ein Auswärtsspiel. Lyon, genau. Lyon. Ja, Tonnerstag, zwölfte, zwölfte, also da, guck mal, wir haben noch, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Partien noch. Auch toughe Gegner, wir spielen halt ein zweimal gegen fucking RB Leipzig. Ja, beides mal auswärts, habe ich richtig überhaupt keinen Bock. Einmal unter der Woche Pokal und dann Sonntagabend auch nochmal in der Liga da. Unangenehm, aber gut, vielleicht haben wir den Schlüssel, besiegen die gleich zweimal. Aber ja, das ist es halt, also da sind noch richtig viele Spiele bis zur Winterpause, die auch übrigens ultra kurz ist. Wir machen am 21.12. den Deckel drauf und am 11.1. bist du schon wieder am Start, musst gegen den FC St. Pauli ran, auch geiles Los, geiler, eigentlich geiler Auswärtsfahrt, ein bisschen zu winterlich, hätte ich ganz gerne eigentlich lieber bei sommerlichen Temperaturen. Das wird dann wahrscheinlich am 11.1. in Hamburg nicht der Fall sein, aber danach dann auch schon wieder englische Woche und dann hast du dann auch gegen Freiburg musst du wieder ran, dann, ich glaube, das ist dann englische und dann am Freitag dann auch schon wieder gegen Dortmund. Also da gibt es geballer, krasse Spiele und deswegen ist es da auch gut, selbst wenn mal eine kleine Phase kommt, in der du dann, naja, vielleicht nicht so super performst oder dir nicht die ganze Zeit nur drei Punkte einverleiben kannst, ist es gut, dir jetzt dieses Polster anzufressen und ja, die nächsten Spiele sind auch ganz, ganz spektakulär mit Heidenheim und Augsburg, kleiner Zwinkerer, aber sie sind extrem wichtig und da müssen wir dann natürlich auch die Punkte einfahren, die wir dann vielleicht irgendwann mal aufgrund viel Stress, aufgrund der Dreifachbelastung dann vielleicht auch mal lassen. Also klar werden jetzt, zumindest auf dem Papier Heidenheim, Heidenburg wollte ich schon sagen, Heidenheim und Augsburg, so rum, sind jetzt nicht die nominellen Highlight-Spiele, aber es sind einfach unwahrscheinlich wichtige Spiele, weil wie Basti ja immer so schön sagt, gegen diese kleineren Gegner, die hast du halt viel mehr in der Liga oder diese nervigen Gegner und du hast halt nur die drei, vier, fünf anderen Topmannschaften und das wird halt entscheidend sein, wenn du gegen in den Spielen, gerade in diesem Wechsel zwischen den vermeintlichen Highlight-Spielen dann da halt einfach deine Punkte auch mitnimmst. Und sind wir mal ganz ehrlich, nachdem du unter der Woche hier unterwegs warst in Dänemark und dann zurückreisen musst, dann Sonntag da auf dem Platz zu stehen in Heidenheim, wo es wahrscheinlich auch zumindest, was so die Wettervorhersage ist, auch wieder eklig, kalt und nass wird, wenn du da bestehen kannst, das ist halt so richtig die Reifeprüfung, an der du dich dann messen lassen musst. Und Heidenheim hat ja dann auch noch, die spielen ja auch am Donnerstag, bevor wir spielen und die haben ja auch ihr Highlight-Spiel unter der Woche, Donnerstag 18.45 empfängt der FC Heidenheim den FC Chelsea zu Hause. Hätte man sich auch nicht gedacht, dass man mal über solche Paarungen dann am Ende des Tages spricht. Aber nun gut. Ist aber gut zu wissen, dass die auch irgendwie eine Belastung haben zusätzlich, weil das fand ich immer das Undankbarste, wenn du in dieser Dreierbelastung, Dreifachbelastung bist und dann irgendwie deine ganzen Euroleague-DFB-Pokal-Spiele und so weiter und so fort hast und dann zu einem Gegner kommst, der halt unter der Woche nicht spielen musste, weil er eben nicht Europäisch spielt, fand ich immer ein bisschen undankbar, weil deren komplettes Ziel ist es ja dann einfach nur gegen... dich zu gewinnen und die bereiten sich eine komplette Woche darauf vor und haben keine Ablenkung und du halt eben nicht. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut zu wissen, dass das eben so ist jetzt bei Heidenheim. Das ist auch bei Leipzig der Fall. Ja, das wird jetzt nicht bei jedem Gegner so sein, aber zumindest bei Heidenheim jetzt auch. Deswegen ist es schon mal ganz gut. Genau. Und bevor wir am Sonntag gegen Heidenheim spielen, spielen wir morgen Abend in der Europa-League. in der Liga-Phase gegen Mithiland oder Mithiland, hört es glaube ich ausgesprochen, ich weiß es nicht so genau. Die ja auch, weil du es gerade eben angesprochen hast, der Gegner spielt unter der Woche nicht, die ja auch vor kurzem erst gespielt haben. Genauer gesagt, am Montagabend haben sie noch ein Ligaspiel bestritten, was, wenn ich das so richtig gesehen habe, zu ihren Gunsten ausging. Sie sind jetzt aktuell Zweiter in der dänischen Liga. Und bevor wir gleich über den Verein sprechen, der liebe Basti ist auf dem Weg nach Dänemark oder ich hoffe vielmehr, dass er um diese Uhrzeit jetzt schon vor Ort ist. Wir haben ihn heute Morgen gebeten, uns eine Sprachnachricht zu schicken bezüglich seiner Anreise und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, wir können mal reinhören, aber sagen wir es mal so, Basti-Tours ist wieder so ein Stück weit am Start, aber hören wir doch mal, was der liebe Basti uns von seiner Zugfahrt von heute Morgen zu berichten hat. Einen schönen guten Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem ICE nach Hamburg, der verspätet losgefahren ist, schon wegen rauchenden Leuten in den Klos einen Zwischenstopp machen musste und wir unseren Anschlusszug nach Dänemark verpassen werden, aber trotzdem sind wir motiviert. Ich bin hier mit Julian und Stefan und ja, ich grüße euch in die Runde. Wir sind noch nicht da. Ich hoffe aber, dass wir es schaffen werden tatsächlich. Zumindest bis morgen Abend in irgendeiner Art und Weise in dieses Stadion zu kommen, weil wir schon ein bisschen Hype sind. Das ist eine Europapokal-Tour, die machst du so nicht, glaube ich. Oder beziehungsweise hast du die nicht in deinem Zukunftskalender gehabt und gedacht, geil, da will ich unbedingt mal hin mit Tjylland, mit Tjylland, glaube ich, heißt es. Also, ich kann auch gar nicht so viel sagen. Die sportlichen Dinge sind schwierig zu bewerten. Da ist Marvin, glaube ich, informierter und wird euch schon mit seiner Expertise beglückt haben. Und wir sind hier gerade am Kapri-Sonne trinken. Der nächste halt ist Göttingen, wo Stefan und ich rausgehen werden und vapen. Und Julian hat uns mit Kapri-Sonne versorgt. Also, es könnte besser nicht sein. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist auch eine Partie UNO am Horizont. Also, Hashtag Good Life. Liebe Grüße in die Runde und viel Spaß noch. Ja, klingt so ein bisschen mehr oder erinnert mich an Berufsschulfahrten, die wir auch in Richtung Göttingen gemacht haben. Mit dem Unterschied, dass bei uns damals um diese Uhrzeit keine Kapri-Sonne, sondern andere Dinge am Start waren. Aber da waren wir auch noch ein paar Jahre jünger. Aber sportliche Expertise wurde angesprochen, Marvin. Da bist du, der Fachmann wurde uns versprochen. Wie sieht denn sportliche Expertise bei Mütiland aus? Auf wen muss man achten oder wen muss man kennen vielleicht? Also, Mütiland hat sich jetzt zuletzt gerade wieder ein bisschen erholt. Die hatten eine kleine Niederlagenserie, wo es nicht ganz so gut lief. In der Liga unter anderem ordentlich einen auf dem Deckler bekommen von Brentby. Auch in der Euroleague war das nicht so richtig gut. Da haben sie Bukarest gehabt und haben da auch 2-0 einen auf dem Senkel bekommen. Also, das lief nicht ganz so gut. Aber haben sich jetzt am Montag, also das heißt, die haben weniger Zeit jetzt gehabt oder haben jetzt gerade weniger Zeit, um sich wieder zu regenerieren. Er ist am Montag gespielt, da aber dann 1-0 gegen Silkeborg gewonnen. Gar nicht so schlecht. Und wer hat getroffen? Ja, auf jeden Fall einer der Spiele, bei denen ich sagen würde, passt da ein bisschen drauf auf. Der ist zumindest in der Liga relativ erfolgreich. Adam Buxer, langer Stürmer, in Polen unterwegs gewesen, beziehungsweise gebürtiger Pole. Hat auch schon mit Lewandowski zusammengespielt. 1,91, absolutes Gardemaß für den Stürmer. Aber definitiv auch einer, der auch sogar international schon unterwegs war, sowohl bei Lens als auch bei New England. Bei New England war er auch schon, also ist sogar in den USA gewesen. Das ist ein Spieler, auf den man aufpassen sollte. Wir kennen natürlich einen anderen Spieler, der dort spielt. Kevin und Babu, den die Eintracht ja auch mal haben wollte. Der wüte dort auf der rechten Seite. Und dann gibt es noch ein, zwei andere Spiele, auf die man immer mal gucken sollte. Aktuell ist es beispielsweise, weiß ich, Chilufia heißt der Kollege, ein afrikanischer Kollege, der durchaus relativ viele, wie soll ich sagen, Vorlagen gegeben hat. Ein Sambianer und dann noch einen weiteren Spieler, da habe ich mir extra aufgeschrieben. Warte mal, ich muss mal gucken, ich muss mal blättern. Ja, mit Papier und Stift, Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Franco Lino, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob der überhaupt spielt. Der hat nämlich zumindest bei dem Spiel gegen Silke Borg nicht gekickt. Also insofern weiß ich nicht, ob da irgendwas ist. Und der große Vorteil könnte eventuell auch sein, dass Adam Buchser, der zwar das 1-0 gemacht hat, aber hat sich wohl verletzt. Also da ist ein bisschen was drin. Die Sache ist so oder so, egal wie es kommt. Das ist eine unangenehme Mannschaft. Die Stehenden, die sind auch nicht sonst dauerhaft erfolgreich. Das ist mittlerweile eines der am härtesten zu bespielenden Teams in Dänemark. Ich glaube, das können wir ganz sicher so sagen. Aber die Eintracht natürlich nominell wesentlich besser besetzt und muss normalerweise dieses Spiel gewinnen. Sagen wir so leicht, in dem kleinen Hexenkessel gehen ja gar nicht so viele Leute rein. Ist durchaus noch was möglich. Also wir behalten das auf jeden Fall auf dem Schirm. Und wenn Franco Lino wieder spielt, das ist auf jeden Fall der Topscorer in der Liga allein mit fünf Toren. Dann aufpassen, liebe Verteidiger. Das könnte relevant werden. Ich glaube, was für uns ein ganz großer Vorteil ist, dass jetzt einfach Rasmus Christensen auch wieder fit ist. Der ja auch vorhin, kurz bevor wir aufgenommen haben, zusammen mit Dino Topmüller auf der Pressekonferenz oder an dem Pressekonferenz Tisch Platz genommen hat. Der den Verein kennt, der ja damals da in der U19 gespielt hat und da auch seine Profikarriere dann quasi begonnen hat. Und der den Verein kennt und der natürlich auch so ein bisschen weiß, wie das ist, in Dänemark zu spielen und auf was man da vielleicht auch achten muss an der Stelle. Aber du hast schon recht, Midtjylland ist einfach einer der, sind sie nicht glaube ich auch irgendwie Rekordmeister oder irgendwas oder zumindest seit sehr langer Zeit amtierender Meister. In Dänemark haben ja auch die Champions League Quali gespielt, sind da leider dann aber abgerutscht und sind jetzt in der Euroleague unterwegs. Rekordmeister auf jeden Fall nicht, nur ganz kurz. Ich glaube, die haben jetzt viermal die Meisterschaft geholt, sind viermal dänischer Meister geworden. Aber da gibt es natürlich allein mit Brönpi, die elfmal Meister geworden sind oder der FC Kopenhagen mit 15 Meisterschaften, sind die da weit vorrangig. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es eine sehr spannende Mannschaft ist, die gerade in den letzten Jahren viel Erfolg gefeiert hat. Interessant ist es auch immer wieder, es gibt ja auch immer so wieder deutsche Verbindungen und so. Es gibt ja auch wieder extrem spannende Trainer, die in den letzten Jahren dort waren. Also das ist ein extrem interessanter Verein, der auch immer wieder richtig gute Leute hervorgebracht hat. Und definitiv etwas, muss man sagen, 12.000 Hexenkessel. Bin mal gespannt, ob Basti und Stefan und so alle reinkommen und da eine gute Zeit haben. Das wird jetzt natürlich nicht, also im Vergleich zu anderen Spielen. Ich glaube, Stuttgart hat heute ganz schön einen auf den Senkel bekommen, wenn die da in Belgrad unterwegs sind. Das wird natürlich in Dänemark viel lieblicher gehandhabt, aber sportlich sollte man es nicht unterschätzen. Und auch der Support von der Tribüne wird für die Eintracht da sein, aber auch in einem, ich würde es jetzt mal sagen, verringerten Maß, als wir es kennen. Ich glaube, offiziell haben wir knapp 600 Karten, also die 5-Prozent-Marke. Mehr wurde da nicht rausgegeben. Wir wissen, Eintracht-Fans sind ein reisefreudiges Volk, also da wird auch der ein oder andere noch mehr unterwegs sein. Aber wir werden im Verhältnis zu dem, was wir vielleicht von anderen Auswärtsfahrten gewohnt sind, da dann doch deutlich weniger Eintracht-Fans auf der Tribüne sehen. Was ist denn so euer Eindruck oder eure Erwartungshaltung? Wie wird dieses Spiel ablaufen? Marvin, hast du es gerade gesagt, schwieriger Gegner. Meint ihr, wir tun uns da schwer oder sind wir jetzt in unserem Flow weiterhin gut unterwegs und haben wieder so eine Aktion wie zum Beispiel am Wochenende gegen Bremen, wo man Moush nach 30 Sekunden schon den ersten Abschluss sucht? Patricia, was ist denn so dein Gefühl? Wie wird dieses Spiel verlaufen? Ist schwer einzuschätzen, aber ich glaube schon, dass man da mit einem gewissen Selbstvertrauen reingehen wird. Man ist ja eben in diesem Flow, den wir jetzt schon so oft angesprochen haben und ich glaube, das lässt man sich nicht nehmen. Also ich gehe davon aus, das ist auch so ein bisschen in der DNA der Eintracht mittlerweile verankert, dass eben auf Angriff auch gegangen wird. Und ich hoffe auch sehr, dass das passieren wird. Kann mir aber vorstellen, dass man die jetzt nicht komplett überrennt. Also Christensen hat es ja selbst auch angesprochen schon auf der PK, dass die dänische Liga ja schon sehr zweikampforientiert ist und es auch relativ physisch zugehen kann. Und die Liga sich natürlich auch weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Also es ist jetzt irgendwie nicht eine komplette Nulpenliga so. Also unterschätzen darf man es auf keinen Fall. Deswegen glaube ich schon, dass das ja vielleicht auch ein bisschen kämpferischer wird, wenn das wirklich mit den Zweikämpfen dann so kommen wird, dass man da halt eben auch da sein muss, auch physisch da sein muss. Und ja, ich bin gespannt, wie die Eintracht dann dagegen ankommt. Wir haben ja auch ein paar Spieler, die das, glaube ich, ganz gut wegstecken können, beziehungsweise vielleicht auch mit ihrem Tempo wettmachen können, dass es eben vielleicht gar nicht so häufig zu Zweikampf-Situationen kommt, sondern man da einfach mal ein bisschen überlaufen kann. Ich bin gespannt, was das so taktisch, wie wir es taktisch angehen. Ich kann mir auch vorstellen, beziehungsweise das wird ja auch schon sehr, sehr viel gemunkelt, dass auch die ein oder andere Rotation da drin sein wird bei der Eintracht. Deswegen bin ich auch überhaupt erstmal gespannt, wie wir da auftreten, also wie wir personell aufgestellt sein werden, wer vielleicht eine Pause bekommt oder zunächst auf der Bank Platz nehmen wird und wie sich das dann eben auch im Spiel widerspiegelt. Ja, also alles in allem sehr spannend. Aber ich glaube, das wird schon so ein bisschen so ein ekliges Spiel, schon allein von den Wetterbedingungen her. Für mich ist ja alles ein ekliges Spiel, wo es irgendwie nass-kalt ist und das wird halt so sein. Das ist aber auch nur so eine persönliche Präferenz. Aber ja, ich glaube, das wird schon so ein bisschen, man muss sich da, glaube ich, ein bisschen durchkämpfen, aber im Endeffekt vertraue ich trotzdem auf den Flow und natürlich auch auf die Qualität, die die Eintracht hat. Und das hat sie auch unbestritten. Ja, damit hast du schon, glaube ich, das Wichtigste angesprochen, nämlich die Frage der Aufstellung, wie die sich verändern wird. Wir haben natürlich jetzt, oder der Trainer hat jetzt so ein bisschen die Qual der Wahl. Man hat Christensen wieder zurück und man hat ihn ja auch extra gegen Bremen jetzt nicht gebracht, damit er in dem Spiel fit ist. Also ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass der auf jeden Fall seine Spielminuten bekommen wird. Und was dann vielleicht so ein bisschen zu Lasten des von uns angesprochenen Collins gehen könnte, der ja Christensen da auf der rechten Seite vertreten hat, der, glaube ich, auch Innenverteidiger spielen kann, Collins. Aber da hast du natürlich dann einen Koch und einen Tutor. Und auf der linken Seite ein Nathaniel Brown ist gar nicht im Kader für die Euroleague. Ich glaube, ansonsten haben wir keine größeren Ausfälle oder keine weiteren Ausfälle. Alle soweit fit. Was wäre denn so eure Aufstellung, mit der ihr da reingehen würdet? Hallo, hallo. Oh, Marvin, du klingst ganz weit weg. Marvin meldet sich aus dem All. Macht mal gerade weiter, hier spinnt was. Ja, hervorragend. Dann warten wir, bis Marvin das entsponnen hat. Dann, Patricia, liegt die Aufstellung wieder bei dir? Ja, herrlich. Also, Trab im Tor, das ist, glaube ich, schon mal safe, ne? Das ist safe. Ja, ansonsten würde ich einfach mal sagen, Theat hat ein krasses Spiel gemacht. Und ich glaube, ich würde auch mit Theat weitergehen. Also, ich rechne jetzt mal ein bisschen ein, dass wir sicherlich Rotation sehen werden. Ja. Wenn Christensen mit dabei ist im Kader und sich dort auskennt, könnte ich mir vorstellen, dass der auch von Anfang an spielen wird. Ich weiß halt nicht, ob das von der Fitness her jetzt auch schon so passt. Aber es hat ja eigentlich ganz gut geklungen. Dementsprechend, glaube ich, ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, einfach wieder mal auf Christensen zu gehen und vielleicht auch einem Collins, der auch ein sehr intensives Spiel hat. So ist es ja ein enorm schneller Spieler, der viel hin und her rennt. Da vielleicht mal eine Pause zu gönnen. Und du musst vielleicht auch davon ausgehen, um das noch kurz einzuwerfen, Christensen jetzt quasi wieder fit und wird mit Sicherheit, wie du es auch gerade eben gesagt hast, seine Spielzeit und wahrscheinlich auch seine Startelfplatz bekommen. Aber wir haben es ja auch vorhin gesagt, wir haben jetzt viele englische Wochen vor uns. Und ob du jetzt belastungstechnisch den Kerl halt einfach wirklich da sieben Spiele durchbürgeln kannst, ist ja auch noch fraglich. Also von daher wird es ja auch da wieder zu Wechseln kommen. Glaube ich auch. Also von daher ist das jetzt vielleicht echt das Spiel, das sich anbietet, da einfach mal wieder auf Christensen zu gehen, jetzt nach seiner Verletzungspause. Das heißt, die Außen würde ich wahrscheinlich Therte und Christensen auch, weil es beide so ein bisschen so Kämpfertypen sind. Und auch wenn wir wirklich sagen, es wird ein physisches Spiel, da sind es, glaube ich, auch die zwei Richtigen dafür. Und in der Innenverteidigung dann Koch und Tutor, würde ich sagen. Ja, weil ich gerade eben noch gesagt hatte, wir haben keine Verletzungen. Wir haben natürlich mit Aurel Amanda einen Verletzten aus dieser Länderspielpause. Das zeigt wieder, wie nervig diese Länderspielpausen dann doch auch wieder sein können. Also da, um mich nur zu korrigieren, wir haben leider dann doch einen Verletzten mehr auf dem Zettel. Tutor, Koch, Innenverteidigung macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, damit haben wir auch so, um dem zu kontern, was du jetzt angesprochen hast, Patricia, es wird ein physisches Spiel, die du wahrscheinlich am ehesten da irgendwie hinstellen kannst. Würdet ihr dann definitiv auch sagen, dass man dann dem entsprechenden Larsson, der ja nur eingewechselt wurde gegen den SV Werder, dass der dann vielleicht von Anfang an spielt? Vielleicht tut er dann dafür raus? Tutor hatten wir jetzt in die Innenverteidigung. Ja, stimmt, genau. Ja, also klar, du könntest jetzt, glaube ich, auch stattdessen auf dieser rechten Innenverteidigerposition den Collins setzen. Aber ich glaube, er hat mehr Stärke auf der Außenbahn als in dieser Innenverteidigerposition. Ja, aber deswegen, da würde ja trotzdem der Platz frei werden. Dann könnte man halt sagen, okay, Larsson rein, dafür dann Larsson und Schkiri. Und für mich ist aber die Frage, insbesondere offensiv, wollen wir weiter mit Mamouche und Eketike spielen oder würde die hier eine Rochade bevorzugen? Es ist natürlich so, dass wir gegen einen Gegner spielen werden, der uns, ich glaube nicht, dass der uns so viel Raum lässt. Ich glaube, dass das durchaus eine Partie wird, bei der wir sehr kämpfen werden müssen. Und Mamouche und Eketike haben da natürlich eine ganz besondere Qualität. Ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu sagen, okay, wir setzen jetzt die 1B-Sturm-Formation ein. Da habe ich so meine Probleme. Deswegen will ich wissen, ja, René, was würdest du denn tun? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir A, wenig Räume bekommen können. Das heißt gerade auch der Vorteil von Mamouche und Eketike, da dann auch viel über die Geschwindigkeit zu lösen. Da wirst du nicht so viel Platz irgendwie haben. Und ich habe auch so ein bisschen zusammengezuckt, als Patricia das gerade eben so mehrfach gesagt hat, was dieses körperliche Spiel angeht. Jetzt nicht, weil ich da irgendwie unwahrscheinlich viel Angst habe, weil ich generell einfach finde, dass gerade Mamouche in den letzten Spielen sowieso schon immer unwahrscheinlich viel auf die Knochen bekommen hat. Und ich glaube, er könnte da halt auch richtig irgendwie was einstecken. Und dann weiß ich nicht, ob das so ist. Aber ich bin mir auch nicht so richtig sicher. Was wäre denn die Alternative, die wir dann haben? Mehr über die Außen? Also ich sehe zwei Varianten. Entweder wir sagen, wir gehen halt irgendwie mehr über die Außen, dass du halt dann da irgendwie noch agierst. Mit irgendwie, weiß ich nicht, Knauf, Ebimbel. Ja, wobei die werden auch nicht wirklich mit Speed da irgendwie agieren können. Also ich sehe es nicht, dass wir beide rausnehmen. Also Mamouche und Eketike. Okay, ich kann mir vorstellen, dass einer zumindest erst mal pausieren wird und dann halt später eingewechselt wird. Das könnte ich mir tatsächlich relativ gut vorstellen. Auch wenn es natürlich die Traumkombination ist, mit der ich am liebsten jedes einzelne Spiel bestreiten würde. Was aber wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja, also das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass wir uns jetzt Gedanken drum machen müssen, wie wir beide ersetzen. Weil ich glaube, dafür ist es auch zu wichtig, jetzt noch weitere Punkte zu sammeln und eben diese Playoff-Phase da zu umgehen und irgendwie direkt weiterzukommen in der Euroleague. Ich glaube, das will man ja auch nicht riskieren, weil man eh schon so viele Spiele hat, dass man da eben noch diese Playoff-Runde spielen muss. Um Gottes Willen. Von daher ist es ja jetzt nicht komplett unwichtig, dass wir sagen, ach komm, ja, lass einfach irgendwie mit der B11 spielen. Das wird nicht passieren. Nee, auf keinen Fall. Ich bin noch so uneinig mit mir selbst, wen ich von beiden aufstellen würde. Ich sehe irgendwie Mamouche vielleicht eher, weil er eben auch diese unglaubliche Standardstärke aktuell hat und ich mir vorstellen kann, dass wir das vielleicht brauchen werden. Auch von Anfang an. Also es ist ja nichts schöner, als wenn du irgendwie in der 20. Minute schon schönen Freistoß versenkst. Wäre ja perfekt, dass du das schon direkt in der ersten Halbzeit irgendwie brechen kannst, das Spiel, und in Führung gehen kannst, dass eben vielleicht so ein kompakter Gegner dann auch aufmachen muss. Deswegen könnte ich mir das vorstellen, dass man ihn da zuerst reinnimmt und er sich das ein bisschen aufteilt mit Ekitike. Also wenn er dann rausgeht, dass Ekitike dann reinkommt und an die Seite gestellt, vielleicht wirklich einen Matanovic, obwohl ich finde, dass er jetzt bisher noch nicht die glücklichsten Partien hatte. Ja, da tut mir echt so ein bisschen leid. Ja, also tu mich da auch ein bisschen schwer, aber ich glaube, also der hat auf jeden Fall seine Chancen verdient und wenn das wirklich so ein körperliches Ding ist, der ist groß, der ist sicherlich kopfballstark. Das könnte ja trotzdem irgendwie funktionieren, vielleicht auch als Dosenöffner und dann in Kombi halt eben mit einem der beiden anderen. weil, also das kann ich mir am ehesten vorstellen. Natürlich gibt es auch noch die Usun-Geschichte. Also den will ich auch nicht komplett rausrechnen. Ja, naja, ist genau das, was du sagst. Ich tue mir da auch extrem schwer. Ich würde dann tatsächlich, dann wenn dann eher noch, weil ich glaube, das Spiel könnte eher für Matanovic sprechen, zumindest zu Beginn. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher sagen, ja, lieber mal Matanovic von Anfang an probieren und dann vielleicht noch in der Fahnen rein, wenn es nach 60 Minuten immer noch 0-0 steht oder so oder wenn wir noch mal jemanden brauchen. Das wäre für mich eine Option, aber einer von beiden etatmäßigen Stürmern muss auch weiter ran, auch bei diesem Spiel gegen Mützschiland. Ich glaube, das wäre ganz, ganz essentiell und auf den Außen müssen wir dann halt sehen, was passiert. Du hast relativ viel Variabilität, kannst du Knauf reinbringen, Kötze reinbringen, kannst aber auch sagen, du lässt Matschiebi von Anfang an. Also ich glaube, da lässt sich viel anbieten oder auch bei Aoya oder irgend sowas. Das muss man halt sehen. Ich glaube, da ist es eine große Stärke der Eintracht, dass sie da durchaus variabel sein kann. Ja, ich sehe schon von Beginn an vielleicht eher Kötze da so ein bisschen weiter vorne, weil ich glaube auch, dass der dem Körperlichen noch so ein bisschen mehr entgegenhalten kann oder auch was so Übersicht, Spielintelligenz angeht, vielleicht auch nochmal Räume irgendwie anders da sehen kann. Aber klar, das ist wahrscheinlich die Reihe oder das sind die beiden Positionen, wo wir am ehesten dann auch ein bisschen drauf reagieren können, wie das Spiel sich dann im weiteren Verlauf dann auch entwickelt. Ich würde mir halt echt wünschen, dass Matanovic mal so ein bisschen diesen, ich will es jetzt nicht Ballast nennen, aber so diese Leichtigkeit, die er noch nicht hat, dass er die jetzt einfach mal bekommt und da halt auch wirklich mal in so einem Spiel ein Tor macht und gute Aktionen hat, damit er so ein bisschen da auch mehr ins Laufen kommt. Der tut mir halt echt leid, dass der gerade so ein bisschen hinter diesen beiden einfach super gut funktionierenden Spielern, Mamouche und Ekiteke, so wenig Möglichkeit hat, da seine Leistung zu zeigen. Ja, gut, ich meine, die wird er auch noch bekommen, aber ich bin da vollkommen bei dir, das sind halt genau die Situationen, da muss er ein bisschen mehr ins Score kommen und dann läuft das auch. Also ich habe da weiterhin vollstes Vertrauen, das ist seine erste Saison, das ist der erste Bereich, in dem er wirklich in der Bundesliga brillieren muss und das wird mit der Zeit kommen. Ich glaube, die Ansätze sind da. Ja, vielleicht, maybe it's against Midgieland. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und dass wir dann da auch die nächsten Punkte holen, um, wie Patrizia es gerade eben so schön gesagt hat, uns einfach in diesem supervollen Kalender, der sich ja auch im nächsten Jahr, du hattest das vorhin ausgeführt, Marvin, direkt auch mit englischen Wochen zurückmeldet, dann nicht noch irgendwie zwei weitere Spiele damit auf dem Zettel zu haben. Da haben wir sowieso schon mehr als genug. Auch in der Hoffnung oder der Annahme, dass wir im nationalen Pokal auch noch ein bisschen was reißen werden. Das werden wir uns aber dann nächste Woche vornehmen, um dann hier davor zu sprechen. Dann haben wir hier jetzt erstmal unsere Aufstellung und dann ist noch die Frage nach Ergebnistipps. Was glaubt ihr denn, wie das Spiel morgen Abend ausgeht, Marvin? Schwierig, schwierig. Ich gehe mal trotzdem von einem. Ach doch, relativ knappen 2-1 aus. Also ich glaube, dass die Eintracht wirklich das Spiel auch wieder gewinnt. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall ein Gegentor gibt. Denn ich kann mir wirklich vorstellen, dass es eine lange Zeit, enge Partie sein wird, bei der wir dann am Ende so ein bisschen das glücklichere Händchen haben. Bisschen mit, ja auch vielleicht ein bisschen Fortun, das Ding für uns entscheiden können und vielleicht trifft ja tatsächlich mal jemand wie Matanovic, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann gehen wir da raus und sagen, okay, wieder drei Punkte für die Eintracht. Ich glaube, das wäre noch nicht das alles Entscheidende, weil danach einfach noch so viele Europa-Cup-Spiele anstehen. Aber es wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um gar nicht in die Zwischenrunde zu müssen. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe aber das Gefühl, dass es auf jeden Fall eine spannende Partie wird. Also ich denke nicht, dass es jetzt ein einfacher Ritt wird. Dafür macht es Mützchenland ihren Gegnern oder seinen Gegnern einfach viel zu schwer. Also dementsprechend knappes, knappes 2-1. Mit ein bisschen Rotation der Frankfurter Eintracht könnt ihr auch mal da in Moda Ruth beispielsweise reinkommen. Auch ein Spieler, den wir hier manchmal vergessen. Aber dann läuft's. Ja, Moda Ruth auch wichtig. Hatte ich auch gerade eben kurz gezuckt, als du bei der Aufstellung Doppel-Sechs Lars Horn-Skiri relativ schnell ausgerufen hast, die ich auch ein bisschen vorne sehe. Aber man muss auch sagen, Moda Ruth auch wahnsinnig wichtiger Spieler, auch gerade auf diesen Positionen. Und ich bin auch wahnsinnig froh, dass wir den im Kader haben. Ich glaube, der könnte uns noch ganz viel zu unseren Gunsten mitentscheiden in dieser Saison. Aber Patricia, was glaubst du denn auch? Knappes Spiel und Gegentor? Oder hast du da was anderes im Kopf? Ja, weil wir jetzt erst zu Null gespielt haben. Wäre es ja zu schön, irgendwie nochmal zu Null zu spielen. Ich würde es mir wünschen. Aber nee, ich gehe da ganz frech mit Marvin mit. Ich habe auch das 2-1 irgendwie direkt im Kopf gehabt. Und es ist irgendwie eine, also es ist auch so dieses Komfort-Ergebnis, was man irgendwie immer nimmt, wenn man denkt, ach, man gewinnt knapp, aber irgendwie auch ein Gegentor, auch ein 2-1. Und das fühlt sich aber irgendwie richtig an. Deswegen gehe ich auch mit dem 2-1. Ja. Nee, ich glaube schon, also Gegentor bin ich bei euch. Ich glaube, ein Gegentor ist drin. Ich habe jetzt nicht die ganzen Ergebnisse, die mich hier dann bislang in der Liga-Phase der Europa League hatte im Kopf. Aber ich meine auch, dass da in einigen Spielen sie auch Tore gemacht haben. Von daher glaube ich schon, dass wir ein Gegentor kriegen. Ich glaube aber nach wie vor, dass wir ein bisschen besser drauf sind. Und dass wir vielleicht auch weiterhin an dieser neuen Variante, dass man auch Standard-Tore freistoßt. Und wir haben ja auch schon Tore nach Ecken gesehen bei der Frankfurter Eintracht in dieser Saison, dass da noch ein bisschen was geht. Von daher wäre mein Tipp, die Eintracht gewinnt da 3-1. Und hätte damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Playoff, nee, K.O.-Runde, nicht Playoff, K.O.-Runde, Entschuldigung, gemacht. Und wie Marvin ja auch gerade eben gesagt hat, da kommen noch drei weitere Spiele auf uns zu. Ein Heimspiel, zwei Auswärtsspiele und gerade die beiden Auswärtsspiele gegen Leon und Rom, die werden auch nochmal herausfordernd werden. Genau. Ja, dann hätten wir den Punkt auch abgehakt. Und dann haben wir am Sonntag dann das vorhin schon angesprochene Spiel gegen Heidenheim. Ich glaube, da ist jetzt ein großer Ausblick viel zu weit weg, weil wir eben jetzt auch noch nicht wissen, wie groß die Belastung tatsächlich dann am Donnerstagabend wird und wie das mit Rückreise aussieht. Aber was ist so euer Gefühl? Für Heidenheim braucht es da wieder Hilfe von Maulwürfen oder schaffen wir das selbst? Nee, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Patrizia ja eben auch angesprochen hat, ist, dass für die wirklich ein monumentales Spiel vor der Brust ist. Also wirklich Chelsea ist, das kann man nicht anders sagen, für die, das ist die größte Partie, die die jemals in ihrer Karriere hatten. Also ich glaube, alle in ihrer Karriere, die allermeisten im Verein, der Verein generell, also ich meine, was Größeres als Chelsea, kann ja da kaum ankommen und dementsprechend, außer die Eintracht natürlich, ob die war jetzt schon mal da. Insofern ist es, glaube ich, ein großer Großkampftag und dementsprechend kann ich mir wirklich einfach vorstellen, dass die dann ein bisschen ausgelaugter sein werden, wenn es dann gegen uns geht. Allein, dass die Motivation nicht komplett am Anschlag sein wird, da bin ich ziemlich sicher und dementsprechend habe ich absolutes Vertrauen in die Frankfurter Eintracht, dass die da wirklich vielleicht sogar ein bisschen relaxter und nicht relaxter sollten die nicht hören. Wenn ihr relaxtert, dann streicht das. Nee, aber ich habe ein besseres Gefühl als bei der Partie, die du gerade angesprochen hast. Ja. Kurzes Quiz an euch beide. Wie groß ist die Differenz des Gesamtkaderwertes laut Transfermarkt.de zwischen dem Gesamtwert dem FC Heidenheim und dem FC Chelsea? Boah. Das muss ja wirklich in enorme Unsummen gehen, dieser Unterschied. Ich bin halt ultra schlecht im Schätzen. Das ist das Schlimme. Das ist mir egal. Boah. Boah, das ist ja ultraschwer, weil wenn ein Spieler irgendwie von Chelsea schon, weiß nicht, 50 Millionen wert ist. Ich sag... 300 Millionen? Marvin sagt 300 Millionen. Was sagst du? Ich sag 450. Damit ist Patricia näher dran, hat aber trotzdem nur die Hälfte des Unterschieds. Es sind 900 Millionen. Ja, wir kommen modern. Ja, das gibt sogar Sinn. 63,3 Millionen stehen da auf der Seite von Heidenheim und 963,2 Millionen auf der Seite des FC Chelsea. Das ist schon irgendwie Wahnsinn, diese Differenz. Ja, stimmt. Wenn man jetzt bedenkt, Heidenheim in dem Kader hat halt wahrscheinlich kaum ein Spieler einen höheren Marktwert als, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Millionen. Das kannst du sicher an einer Hand abzählen. Ja. Und dann halt Chelsea. Wir wissen ja alle auch, für was für Summen die Spieler einkaufen. Und wie viele vor allen Dingen. Ja, deswegen, das ergibt schon irgendwie enorm Sinn. Ja, also es ist einfach krass. Ich hatte das durch Zufall vorhin gesehen, wenn du dir das anguckst. Es ist einfach so vollkommen absurd, dieser Unterschied. Und ich würde schon auch so gerne ein bisschen sehen, wenn dann die Spieler, ich meine, den wird man ja wahrscheinlich in Chelsea-Spielern gesagt haben, so hier, kleiner Verein Deutschland, hast du nicht gesehen, dies, das, anderners. Aber wenn die da mit ihren, weiß ich nicht, wie viele Busse die brauchen, um da irgendwie Mannschaft und Staff und so weiter anfahren zu haben, und wenn die da in dieses nicht allzu große Stadion von Heidenheim da einlaufen, das wird schon spannend, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, der Unterschied ist ja auch schon einfach die Größenordnung der beiden Städte. Also London gegen Heidenheim, das ist ja auch schon, also ich glaube, viel, viel gegensätzlicher geht es kaum noch. Das ist schon, was die Conference League für Geschichten schreibt. Ja, also ich werde mir das Spiel auf jeden Fall angucken. Es wird lustig werden. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Aber, Patricia, was ist so deine Einschätzung oder das Spiel am Sonntag? Wir hatten es vorhin gesagt, es wird wichtig und vielleicht ist Heidenheim noch beseelt und ein bisschen ausgelaugt von dem Donnerstags-Highlight. Aber Eintracht hat ja auch ein straffes Programm und hat ja auch so ein bisschen Reisestrapazen dann in den Knochen. Was glaubst du, wie so das Spiel verlaufen wird? Boah, darin denke ich eigentlich noch gar nicht. Aber, also, ich stelle mir das immer noch, weil wir es auch schon so häufig hatten, vor, dass es wie so ein Kater-Spiel wird, so ein bisschen. Wir hatten das so oft, dass wir früher nach den Europa League spielen, also aktuell nicht, zum Glück, aber früher nach den Europa League spielen, dann in der Bundesliga so ein bisschen diese trägen Spiele hatten und diese Spiele, wo man sagt, boah, irgendwie erkennt man da gar nicht mehr die Eintracht wieder, die wir sonst so auf dem Platz sehen. Und so schlimm glaube und hoffe ich nicht, dass es wird, eben weil ich auch davon ausgehe, dass schon rotiert werden wird und man da einigermaßen eine gewisse Fitness schon mitbringen wird. Aber ich glaube trotzdem, das ist halt, es ist immer noch einfach Scheißwetter und du kommst da an einem Sonntag an und du hast vielleicht noch Dänemark in den Knochen. und ich glaube nicht, dass es so ein locker, luftig, leichtes Spiel wird, zumal Heidenheim ja jetzt auch nicht komplett schlecht unterwegs ist. Von daher, ja, glaube ich, wird es schon auch eine schwierige Partie auf mehreren Ebenen sogar. Also, auch, dass du im Kopf frisch bist, aber auch, dass du das halt auf den Platz bringst und ich stelle mich da jetzt noch nicht auf so ein Feuerwerk ein, kann mich aber natürlich hoffentlich auch komplett täuschen und die Eintracht fegt da irgendwie 4-0 drüber und sagt, ja, kein Problem und wir machen einfach weiter. Das würde mich natürlich freuen, aber ich sehe es irgendwie jetzt aktuell noch nicht kommen. Vielleicht will ich mich aber da auch noch nicht so sehr reinsteigern in irgendwelche schönen Gedankenspiele, sondern mich einfach vorbereiten auf ein Bundesligaspiel, was vielleicht jetzt auch einfach nicht das spektakulärste wird. Ja, und auch solche Spiele wird es leider immer ergeben und wird es auch geben müssen. Apropos, Heidenheim ist doch relativ schlecht unterwegs, die haben zehn Punkte bisher. Ja. Ist jetzt nicht so geil, aber ja, trotzdem ist es, finde ich, auch spielerisch nicht so eine Mannschaft, die man komplett unterschätzen darf, weil ich auch in der vergangenen Saison fand, die haben schon einiges sehr, sehr richtig gemacht, deswegen habe ich da, glaube ich, noch so ein positives Auge drauf, ein bisschen, auf die Leistungen. Ja, die kommen halt auch viel über Kollektiv und Kampf und die sind es halt auch einfach gewohnt. Und ich glaube, für die ist es, auch wenn es ein Highlight-Spiel ist, aber sich dann irgendwie an einem Sonntag da noch irgendwie reinzuwerfen und Punkte zu fighten, ich glaube, das ist schon bei denen da noch irgendwo drin. Also die werden uns das Leben auf jeden Fall da auch nicht super leicht machen, egal wie groß das Highlight unter der Woche war. Ich kann mich sogar ein bisschen drauf freuen, weil ich glaube, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist so die nächste Reifeprüfung und da dann auch hoffentlich zu sehen, dass diese neue Eintracht-Mannschaft da irgendwie bestehen kann, da habe ich schon irgendwie großen Bock drauf. Also von daher gehe ich da schon auch noch mit einem gewissen, auch jetzt schon mit einem gewissen Maß an Vorfreude auch in dieses Sonntagsspiel rein. Gut, ich glaube, dann haben wir das, was den aktuellen Spielbetrieb angeht, soweit hier abgehandelt und lieber Marvin, du hast noch ein Thema mitgebracht, über das du sprechen möchtest. Ja, also irgendwann müssen wir tatsächlich auch mal über die Preise sprechen, also ich muss schon sagen, ich weiß nicht, mir fällt es immer wieder auf, aber die Ticketpreise sind immens krass mittlerweile, das ist nur ein Thema, ich weiß nicht, nichts Neues für diejenigen, die halt jetzt keine Dauerkarte haben, aber mir fällt es immer wieder auf, dass wir uns gerade in Höhen bewegen, bei denen ich schon sage, man muss auch mal drüber nachdenken, ja, ich weiß, die Karten verkaufen sich immer, das ist halt so das Geschäft, weil bei der Eintracht läuft es eh gut, aber das ist preislich in Zeiten, in denen es nicht jedem richtig gut geht und vielleicht wollen auch Eintracht-Fans ins Stadion, die nicht unfassbar viel Geld haben oder ihren gesamten Tageslohn dann dafür ausgeben wollen, finde ich schon tatsächlich ziemlich krass, irgendwann müssen wir darüber sprechen, ich wollte das jetzt nur noch mal ganz kurz hier erwähnen, weil das ist für mich schon ein bisschen im Dorn im Auge, ich meine, du kannst natürlich eine Selektion auch herstellen, indem du die Ticketpreise so teuer machst und wir sehen gerade eine sehr parallele Entwicklung, dass einige Sachen immer ausverkauft sind, dafür fehlt aber das Geld an anderen Sachen, also wir sehen beispielsweise, dass Großkonzerte, Taylor Swift, etc., etc., natürlich alle ausverkauft sind, weil alle in dem Hype dann sind und alle dahin wollen, aber gleichzeitig die mittlere bis kleine Kunst darf krass dahin, viele Konzerte finden vor leeren, leeren Rängen stattfinden, vielleicht gar nicht mehr statt, es gibt immer mittelständige oder kleinere Kürzer, die komplett ihre Touren absagen müssen, weil die Leute nicht mehr das Geld haben, weil natürlich, ja, es pressiert, es sitzt alles nicht mehr so locker, aufgrund natürlich auch Ukraine-Krise, keine Ahnung, die Energiepreise, es kostet alles viel Geld und dann, aber es ist halt so, wie gesagt, dann ist es halt immer wieder dieser Entscheidungswettbewerb und viele wollen sich für die Eintracht entscheiden, aber das Geld, was da ausgegeben werden muss, ist halt einfach relativ hoch, dementsprechend, ich weiß nicht, kannst den Kader eh nicht damit finanzieren, wer da reinkommt, dann musst du mal überlegen, ob das ein bisschen besser gestaltet ist, ist mir nur ein Dorn im Auge, wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen, genau, aber eine andere Sache und zwar Jan Furthock ist gestorben, der ein oder andere mag sich erinnern, ist nur 62 Jahre alt geworden, Spieler der 80er, 90er Jahre, wirklich eine absolute Legende bei der Eintracht und ist aber auch ein Spieler gewesen, der viele Anfeindungen gerade in den 90ern irgendwie doch erleben musste und da gibt es einen sehr schönen Spiegelartikel von damals sogar noch, den habe ich dir gerade geschickt, den können wir mal in die Shownotes hängen, irgendwie auch so ein bisschen den Rassismus von damals skizziert, wenn wir uns heute angucken, das ist ja durchaus problematisch, auch früher war es nicht unproblematisch, zeigt auf, mit was die da zu tun hatten, nicht nur die bekannten Geschichten mit Anthony Jeboer, sondern tatsächlich auch jemand, der ursprünglich geburtig aus Polen kam und ja, also es ist eine spannende Personalie, schade, dass er schon gestorben ist, 62, echt kein Alter, hat ja glaube ich Alzheimer gehabt, muss man aber auch immer mal wieder auf die alten Legenden gucken, die die Eintracht auch mit einem Gesicht versehen haben, bevor wir jetzt diese Welle der Euphorie hatten. Ja, ist ein Artikel aus dem Jahre 1995, ich packe den mal, wie du gerade gesagt hast, in die Shownotes und ja, ist eigentlich auch sehr traurig, was heißt eigentlich, es ist sehr traurig, dass man dieses Thema immer wieder ansprechen muss und dass das einfach nicht aufhört, ist für mich vollkommen unverständlich. Wir packen es in die Shownotes, dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Gut, ich glaube, dann haben wir es für diese Woche soweit geschafft oder habt ihr noch spontane Themen, die ihr sonst noch einwerfen möchtet? Themen scheint nicht so zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir hier für diese Woche den Sack zu. Wir danken euch da draußen für das Zuhören. Lasst doch auch gerne mal Kommentare auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, da kann man ja mittlerweile an sehr vielen Stellen auch Kommentare, Nachrichten hinterlassen. Vielleicht seid ihr auch ähnlich wie Basti unterwegs nach Dänemark, dann lasst uns doch vielleicht auch gerne bis zur nächsten Sendung mal an euren Erlebnissen teilhaben. Gerne auch einen kurzen Audio-Beitrag über unsere E-Mail-Adressen, die ihr auf der Webseite findet. Ja, und wenn ihr wie gesagt auf dem Wege nach Dänemark seid oder vielleicht auch am Wochenende in Heidenheim, dann auf jeden Fall eine gute Reise. Wir wünschen euch eine angenehme Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Hey! Hey! Es kann aber gut! Hey! 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 Es kann aber gut! Hey, hey, that's gotta run, boy Hey, 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 that's gotta run, boy Hey, 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 that's gotta run, boy Hey, 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 that's gotta run, boy